Hallo Leute, heute ein etwas anderes Video, das jetzt gerade sehr, sehr, sehr spontan entsteht, weil ich gerade eine Seite enttägt habe. Ähm, kannst du dich bei mir entschuldigen? Kannst du dich zu mich setzen? Aber ich sehe gerade echt scheiße aus. Ich nehme die Entschuldigung an. Und deswegen will ich einfach... Okay, warte, ich fange einfach an. Ja? Es geht um die dümmsten Fragen des Internets. Okay, pass auf. Sind Hühner, Tiere oder Vögel? Die Frage würde ich auch nicht beantworten. Welche Frage würdest du gerne mehr antworten? Eine schöne Frage. Kann mir irgendjemand helfen? Ja, ja. Nächste Frage. Weiß Stevie Wonder, dass er ein Schwarzer ist? Eine schöne Frage. Hm? Wenn ich mich selbst esse, werde ich dann doppelt so dick oder verschwinde ich komplett? Hm? Ja? Dass Tätowierungen genetisch von Eltern zu ihren Kindern vererbt werden. Ja, ja. Nächste Frage. Eine schöne Frage. Wird mein Laptop schwerer? Ja. Wenn ich mir Dateien raufladde. So? Ja, ja. So? Ja. So? Eigentlich ist es das glaube ich. Vielen Dank.